Das zu jetzt. Repeat again. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht es Ihnen? Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich heiße Shailin Lumona. Ich komme aus Mordata. Ich wohne in Tundra. Ich bin 19 Jahre alt. Ich bin Studentin an Fukulay Kacharong College. Meine Mutter heißt Rachel. Mein Vater heißt Julius. Meine Schwester heißt Maureen. Mein Bruder heißt Adel. Meine Eltern. Meine Eltern kommen aus Mombasa. Mein Vater ist. Meine Cousine heißt Sivon. Meine Cousine heißt Kerin. Meine Vater ist. Mein Vater ist. Mein Vater ist. Ich bin